Mo Leute, was geht aber da jetzt? So kommt es zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mit neuen Taktiken zum neuen Patch mehr oder weniger. Also der Patch ist jetzt so seit guten sieben bis zehn Tagen draußen. Und ich habe eigentlich, das letzte Taktik-Video war glaube ich im Oktober. Ich habe jetzt wirklich vier, fünf Monate mit derselben 4-2-2-2-Taktik gespielt. Und die war super, mit der kam ich sehr gut klar. Auch da, falls ihr mit der Taktik jetzt hier nicht so klarkommt, könnt ihr da natürlich auch nochmal gerne reinschauen. Ich glaube, viele von euch wissen es aber. Und ich habe, dadurch, weil ich mit dem Patch, kam ich einfach nicht mehr so wirklich vor das Tor. Ich hatte, bevor ich euch die ganzen Anweisungen zeige und natürlich auch ein bisschen Gameplay, wo ihr dann darauf achten müsst, wie ihr euer Team vielleicht auch aufbaut. Wieso wollte ich überhaupt tauschen? Ich habe einfach gemerkt, ich komme nicht mehr so gut durch. In meinen Augen war es kein guter Patch. Ich bin eigentlich nie jemand, der so großartig über den Patch meckert und sagt, öh, der Patch macht das Spielschrott oder so. Für mich war es wirklich aber nicht so geil, weil die Trivelas haben mir geholfen, dass die Spieler auch mal rausrücken müssen. Also, dass die Gegner auch mal die IVs rausziehen müssen, weil ansonsten konnte ich relativ gut von so 20 Metern einfach mal an den Tor schießen. Jetzt könnte ich mich halt relativ schnell hinten reinstellen. Und ich habe einfach totale Schwierigkeiten gehabt, Tore zu schießen mit meiner 4-2-2-2. Woran lag das? Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich, weil ich eigentlich nicht mehr über die Außen das Ganze breit ziehen konnte. In der Mitte hatte ich zu wenig Platz. Wie auch immer. Ihr seht das hier anhand von zwei Beispielteams. Ich habe die 4-2-2-2-2-enge Raute jetzt mal wieder ausgepackt. Ich habe schon ein paar Mal in den letzten Tagen, Wochen dagegen gespielt und habe immer wieder gemerkt, dass meine Gegner vor allem offensiv, dass die sowas von geil ist. Ein bisschen wie die 4-3-2-1. Das ist ja so die absolute Meta-Formation, die ich allerdings ja irgendwie noch gar nicht so wirklich gespielt habe. Beziehungsweise, ich spiele wie gesagt gerne ja immer so ein paar andere Formationen und nicht dieses Mainstream-Ding. Deswegen schaut ihr hier ja auch zu. Das lebt ihr auch schon an meinem Team. Ich spiele defensivstil ausgeglichen, Breite 71. Das ist genau so wie bei der Tiefe dieser Sprung. Deine Profis stehen breit, wenn der Gegner den Ball hat, um die Flügel abzudecken. Sehr hilfreich natürlich für diese ganzen Seitenwechsel. Viele kommen ja trotzdem über die Außen, passend in die Mitte. Und du bist mit der engen Raute, hast du ja keinen klassischen LM und RM. Das heißt, du hast eigentlich nur den Außenverteidiger, der wirklich außen steht. Deswegen ist es wichtig, dass ihr das relativ hoch schraubt, damit ihr halt nicht zu zentral steht, damit sich nicht alles auf die Mitte fokussiert. Defensiv-Taktik habe ich auf 49. Einfach reines Gefühlssache habe ich eingestellt. Passte so. Aufwasch hier ausgelegen, direkte Pässe. Breite habe ich auf 53. Spieler im Strafraum habe ich sehr hoch gemacht. Das werdet ihr auch sehen, beziehungsweise das werde ich euch auch gleich nochmal erklären, wieso. Das ist so einer dieser Keypoints, wo ich meine Probleme hatte, dass ich halt, wie gesagt, nicht so gut weiter kann. Von den Anweisungen her habe ich einen Außenverteidiger auf hinten bleiben. Einen Außenverteidiger habe ich einfach auf Standard gelassen. Das könnt ihr am besten dann mit dem etwas offensiveren machen. Das zeige ich euch aber gleich auch nochmal, wieso ich wen wohin gestellt habe. Kante, in dem Fall unser Sechser, wirklich ein klassischer Sechser. Hintenbleiben, passt mir dazu, still Mitte abdecken. McAllister hat hintenbleiben und Mitte abdecken. Und Steen ist ja unsere offensive Karte, der hat gar nichts. Benzema hat vornebleiben als einzige Anweisung. Und die Angreifer haben Abwehr überlaufen und vornbleiben und Standard und vornebleiben. Also dass sie auch immer wieder vorne sind. Was ist der Key daran? Worum geht es? Worauf müsst ihr vor allem achten, wenn ihr diese Formation spielt? Kommen wir ganz kurz mal zur Spielerwahl. Dann habe ich auch noch ein paar In-Game-Szenen für euch. Also Spielerwahl wichtig. Bei den ARVs fangen wir mal an. Ihr habt ja gesehen, einer bleibt immer hinten. Einer läuft ein bisschen mit nach vorne. Es ist nicht ganz so krass. Ich mag das persönlich nicht ganz viele Spieler mit Davis. Dass sie den immer nur über die Außen schicken und straight die Linie durchrennen. Dieser Standardspiel-Stil bin ich kein Fan davon. Ich schicke einen deswegen nur minimal nach vorne. Im besten Fall halt jemanden, so wie hier, Best, äh nicht Best, Dest. Der hat sogar noch den R1-Pass, hat einen Flanken-Trade und hat natürlich auch Passspiel 95, kurzer Pass und Dribbling 93. Also das ist natürlich grandios, wenn ihr so eine Karte habt, die halt wirklich auch offensiv gut was kann. Die Karte sieht übrigens unfassbar hässlich aus, wenn ich das mal sagen kann. Das ist die hässlichste Karte, die in meinem Verein ist. Aber der ist wirklich wichtig, weil das eine Radioactive-Evo war mit Dest. Und der hat ja eigentlich dieses UCL-Design. Mich triggert das so sehr, dass die Karte so hässlich aussieht, weil der wirklich praktisch ist. Sechser ist ganz klar. Würde ich wirklich einen klassischen Sechser spüren. In dem anderen Team habe ich Michael Ballack auch mal zeitweise gespielt. Ich weiß nicht, ob der gerade drin ist. Gucken wir gleich nochmal. Also ihr braucht einen defensiven Spieler, in dem Fall Kante, ein Box-to-Box, in dem Fall geabgeordneter McAllister. Und ihr könnt auch gerne einen offensiven spielen. Das kann sogar fast schon ein Stürmer sein. Es ist egal. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass er nach vorne gut was kann. Ich habe auch Juli immer auf diese Position eingewechselt. Also einfach einen, der dir hilft, nach vorne Chancen zu kreieren, der möglichst schnell ist, der mal auch über die Außen rennen kann. Der halt einfach so ein Freigeist ist. Dann wichtige Position ist noch der ZOM. In dem Fall war es hier Karim Benzema. Das muss ein Stürmer, also in meiner Meinung ist es sehr gut, wenn das ein Stürmer ist oder ein ZOM, der wirklich einen guten Abschluss hat, der einigermaßen gut passen kann. 90 kurzer Pass, 77 langer Pass reicht. Plus er hat sogar den Tiki-Taka-Playstyle. Das ist einer der geilsten Playstyles für diese Formation. Weil du halt immer wieder, du kommst halt viel durch die Mitte und du hast ganz, ganz viele Spieler vorne. Auch wegen der Anweisung, Spieler in den Strafen habe ich irgendwie auf 8 oder so gestellt. Das heißt, du machst ganz viele kurze, kleine X-Pässe. Und da ist dieser Tiki-Taka-Playstyle, der ist immer, der kickt praktisch, wenn du Benzema anspielst und der spielt den direkt mit X weiter. Also nur mit X, nicht R1X, nicht Doppel-X, sondern einfach nur X direkt weiterpasst. Dann kann er das sehr, sehr gut und dann spielt er die Bälle ein bisschen besser. Benzema hat ja sogar auch noch hier den normalen Dreieckspass. Das ist generell wichtig, dass ihr euch nochmal auch anschaut. Das hat mir nochmal einen ordentlichen Push gegeben. Die einzelnen Pass-Spielstile. Also das ist hier halt normaler Dreieckspass. Das hier ist beispielsweise der R1X-Pass. Den hat auch McAllister. Also wenn ihr zum Beispiel so eine Karte habt mit so einem Playstyle, macht immer wieder mit dem R1X-Pässe. Also ihr müsst euch darauf konzentrieren. Passen ist das A und O bei dieser Formation, finde ich. Dass ihr Spieler habt, die zum Beispiel diesen R1X-Playstyle haben oder den normalen oder goldenen Tiki-Taka-Playstyle. Die sind wirklich sehr, sehr geil. Vorne im Sturm habe ich dann Broby und Werner. Ja, kann halt jeder Stimmer sein. Ist völlig egal. Ich zeige das mal ganz kurz an dem zweiten Team. Das habe ich auch schon Taktik genannt. Hier habe ich es ein bisschen so ähnlich gemacht. Es ist ein bisschen umgestellt. Da wollte ich und darf zocken. Ihr seht auch, das ist ein richtig geiles, kreatives Team. Da habe ich in der Zeit Parisi gerade noch fertig gespielt. Da habe ich halt, wie gesagt, auf rechts Spinazzola hingetan. Auch da jemanden mit 87-Trippling, der wirklich auch ein bisschen was nach vorne kann. Hat ja sogar noch fünf Sterne-Skills. Nutze ich zwar jetzt nicht so viel. Ballack so als klassischsten Sechser. McAllister wieder als Box-to-Box. Juli wieder als Freigeist. Das, was ich euch eben schon gesagt habe. Und Unterf hatte ich dann als ZOM. Der auch nicht so der Schnellste ist, aber hat ja auch noch einen guten Weitschuss, Finesse-Schuss. Und auch da sie macht es kurzer Pass, 75 langer Pass. Habt noch ein bisschen was geboostet mit dem Kämpfer. Auch wenn er jetzt keine Pass-Stats hat. Euer Stürmer wird auch immer mal wieder durchlaufen, weil er halt dieses Vornebleiben hat. Ich denke, um es mal so runterzubrechen, ist beispielsweise, viele von euch spielen jetzt nicht mit so kreativen Teams oder mit so potenziell schlechten Teams, so wie ich es jetzt einfach mal formuliere. Ich denke, dass beispielsweise so ein George Best auch überragend ist als ZOM-Position. Wieso? Weil der halt auch noch einen guten langen Pass hat. 86 kurzer Pass reicht auch. Ihr könnt auch das nochmal ein bisschen boosten. Und das ist einfach einer, der ist halt dribbelstark, der ist schnell, der ist beweglich, alles was so ein Zehner braucht. Und hat trotzdem halt, wie gesagt, auch noch eine sehr gute Übersicht, so mit 87. Oder ihr nehmt dann wirklich welche, die halt sehr gute Pass-Trades haben. In-Game habe ich ein bisschen Rivals gespielt. Ich habe auch schon Teile von meiner WL damit gezockt und konnte das dadurch, also ich habe jetzt so 25 bis 30 Spiele gemacht. Die WL war auch relativ schwierig. Da seht ihr beispielsweise schon in der ersten Szene, dass ich über den A4 da mit nach vorne komme. Und ihr habt jetzt gerade auch schon gesehen, Robby, Undach und Werner. Ich werde mit beiden Teams so ein bisschen mal gespielt haben, dass ihr euch da nicht wundert. Die waren direkt im gegnerischen Strafraum drin. Hier, Julie, der einfach durchrennt. Genau das wegen diesen Anweisungen, einfach so freigeizmäßig. Ihr werdet ganz, 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 ganz schnell sehen, dass ich vorne immer wieder jemanden anspielen kann. Und genau diese drei, vier Keypoints, die ich eben schon mit euch anspreche, also die ich eben euch schon angesprochen habe, wo ihr auf die einzelnen Positionen achtet, auf die einzelnen Spieler und die einzelnen Fähigkeiten. Damit habt ihr so viele Möglichkeiten. Und ihr merkt das ja vorne. Ich habe immer wieder wen zum Anspielen. Und das ist genau das Problem, was ich hatte, dass wenn meine Gegner tief standen, teilweise mit so sechs, sieben, acht, neun Leuten vor der Abwehr, ich kam einfach nicht durch. Auch das ist natürlich immer noch schwierig. Diese Formation macht euch jetzt nicht zu dem weltbesten Spieler der Welt. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber mir hat das persönlich sehr geholfen, das Ganze auch sehr vereinfacht, weil ich am Ende des Tages nicht so schnell den Ball verloren habe. Und ich habe ja gar nicht mal mit den bestmöglichen Teams gespielt. Das seht ihr ja. Und trotzdem, zum Beispiel Broby ist so aufgeblüht in der Formation. Und da war richtig gut. Ballack, das war zum allerersten Mal, dass ich SBC Ballack gut fand. Ich habe den so viel in meiner 4-2-2 gespielt, weil ich der Meinung war, Ballack ist eine coole Karte. Ich mag Ballack persönlich sehr gerne. Also das ist so einer, den ich halt, als ich jung war, immer gesehen habe in der Nationalmannschaft. Und ich war immer sauer, wieso Ballack so schlecht ist. Und jetzt konnte ich wirklich mal in dieser Form mit so einem echten ZDM spielen. Und da war der wirklich geil. Und ihr seht das hier, du wartest praktisch nicht lange. Man spielt immer straight ab, ab, ab nach vorne, ab in die Spitze. Und wenn man mal gar nicht durchkommt, kann man wie gesagt über den Rechtsverteidiger, auch hier wieder die Szene, das Tor über den R4, kann man immer wieder dadurch nach vorne kommen. Deshalb nochmal für mich der Hinweis, R1-X-Pässe mit diesem Trade, richtig geil. Tiki-Taka mit diesem Trade, richtig geil. Achtet darauf, ihr werdet bestimmt die eine oder andere Karte damit haben. Ansonsten könnt ihr ja auch nochmal ein bisschen suchen. ZMs mit diesem, ähm, mit diesem, warte mal, wie heißt der, Placer nochmal von McAllister. Schnittstellen passt plus. Wenn die den nur in Silber haben, auch gut. Ja, passt auch, reicht auch. Und jetzt seht ihr hier, ich habe immer wieder Möglichkeiten, den Ball einfach total leicht durchzustecken in die, in die Spitze. Weil natürlich, Broby hat die Anweisung überlaufen, der ist schnell genug, der hat sogar goldene Raserei, das ist auch super. Und mit dem kannst du dann einfach immer wieder gut performen und, ähm, im besten Fall deinen Ball auch reinschießen. Dafür reicht auch, in dem Fall, Broby, der kostet nur 50k oder so. So, da braucht ihr jetzt, mit so einem Eusebio ist natürlich noch viel besser. Oder mit so einem Mbappé, klar, weil der einfach nochmal eine andere, andere Qualität hat. Letztes Spiel sind wir auch schon. Ähm, da hatte ich auch nochmal einen sehr guten Gegner mit Cafu und so weiter und so fort. Man zockt gefühlt ja jedes Game gegen, gegen den Kollegen Cafu. Und auch da wieder eine ähnliche Szene. Broby rennt einfach durch. Der war übrigens richtig geil. Also das kann ich euch sagen. McAllister hat mir auch sehr gut gefallen. Und auch Kadava, und deswegen habe ich noch gar nichts gesagt. Ist so ein Top-2-IV, würde ich sagen. Ist nicht so Top-Tier-IV, so wie Carlos Alberto, Van Dijk und die Team of the Years. Aber kann er auf jeden Fall machen. Und er wird ihr jetzt nicht viel, viel schaden. Formulieren wir es mal so. So ist es halt eine, so ist es halt eine, ähm, SPC. Hier wieder alles ganz gut zu sehen. Über die Außen ein bisschen breit gemacht, weil es diesmal nicht ging. Über Dest, über den AV und dann ab in die Mitte. Broby, Netz, den wieder perfekt rein. So habe ich ganz knapp 2-1 gewonnen. Das war ein richtiger, lacker Win, kann ich sagen. Denn ich hatte nur 0,7x Gold. Das wollte ich euch zumindest dann auch nochmal zeigen. Habe ich selten, aber auch sowas tut man richtig gut. Wenn ihr mal so ein Rivals-Game gewinnt, ja, dann wisst ihr auch, ähm, man kann auch mal ein bisschen Glück haben mit der Formation. Das war es auf jeden Fall, äh, vom heutigen Video. Ich hoffe, dass ihr euch damit weiterhelfen konntet. Wie gesagt, achtet auch auf diese 3, 4 Sachen, die ich euch erklärt habe. Der Key ist auch schon, dass ihr euer Team vernünftig aufstellt mit den vernünftigen Spielertypen, mit den richtigen Playstyles, mit denen, ne, wie gesagt, hier wichtig, dass ihr einen Stürmer habt, der einigermaßen passen kann. So eine Art ZOM halt einfach, der aber auch trotzdem einen guten Abschluss hat. Achtet da drauf und, ähm, dann werdet ihr hoffentlich erfolgreich sein. Das war es von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir mal gerne einen kostenlosen Daumen hoch da. Dann sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao. Dann sehen wir uns dann wieder.